Herzlich willkommen bei Edkimo, der Lösung für Online-Feedback, Evaluation und Partizipation im Lernprozess. Unsere App ist unmittelbar verständlich, spart Zeit und Papier und ist datenschutzkonform. In diesem kurzen Video lernen Sie die Grundfunktionen von Edkimo kennen. Wie erstellen Sie einen Account? Auf unserer Website edkimo.com finden Sie oben rechts den Button Registrieren. Wählen Sie im ersten Schritt aus, in welchem Bereich Sie hauptsächlich tätig sind und klicken Sie anschließend auf Weiter. Geben Sie Ihr Land, Bundesland und Stadt ein und wählen Sie anschließend Ihre Schule oder Organisation aus der Liste aus. Sie finden diese am leichtesten, wenn Sie einen Teil des Namens oder der Adresse ins Eingabefeld tippen. Weiter geht's. Erstellen Sie Ihren Account mit Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrem selbstgewählten Nutzernamen und einem Passwort. Lesen und bestätigen Sie die Edkimo Datenschutzbestimmungen. Klicken Sie am Schluss auf Registrieren. Es kann losgehen, Sie sind jetzt automatisch eingeloggt. Über das Hauptmenü gelangen Sie zu Ihren Befragungen, Vorlagen und Auswertungen und zum Edkimo Help Center mit kleinen Artikeln zu den häufigsten Fragen. Oben rechts finden Sie Ihre Einstellungen. Sie möchten direkt eine Befragung erstellen? Dann wählen Sie eine Vorlage aus, geben der Befragung einen Titel und los geht's. Teilnehmende gelangen mit dem Feedback-Code, dem QR-Code oder dem Befragungs-Link zur richtigen Befragung. Solange noch niemand geantwortet hat, können Sie Ihre Befragung noch bearbeiten, zum Beispiel den Titel ändern oder eine Frage ergänzen. Im Vorschau-Modus sehen Sie die Teilnehmeransicht auf den verschiedenen Endgeräten. Unter Optionen können Sie weitere Einstellungen vornehmen, zum Beispiel in den TAN-Modus wechseln. Dann hat jede Person einen individuellen Zugang zur Befragung. Die TAN wird, genau wie der Feedback-Code, von den Teilnehmenden auf der Edkimo Webseite eingegeben. Mit Klick auf Edkimo gelangen Sie zurück zur Übersicht. Auf der Befragungskarte sehen Sie alle Infos nochmal zusammengefasst. Sie wissen noch nicht, welche Vorlage Sie für Ihre Befragung verwenden möchten? Premium-NutzerInnen finden in Ihrer Übersicht sogenannte Team-Vorlagen Ihrer Schule oder Organisation. Edkimo-Vorlagen sind erprobte Standardvorlagen, die allen zur Verfügung stehen. Natürlich können Sie auch eigene Vorlagen erstellen. Klicken Sie dafür einfach auf den Button Neue Vorlage erstellen. Geben Sie der neuen Vorlage einen Titel und verfassen Sie einen kurzen Einleitungstext an die Teilnehmenden. Unter Optionen haben Premium-NutzerInnen die Möglichkeit, das Logo Ihrer Schule oder Organisation in den Kopfbereich der Vorlage zu ergänzen. Beim Anlegen ist eine erste Beispielfrage voreingestellt. Sie können Ihre Vorlage direkt damit beginnen oder diese Frage löschen und durch eine andere ersetzen. Neue Fragen ergänzen Sie auf Ihrer Bildschirmansicht unten. Wählen Sie zunächst den Fragetyp aus und klicken Sie anschließend auf Frage hinzufügen. Bei Edkimo gibt es eine Fülle verschiedene Fragetypen. Freitext, Wortwolke, Multiple Choice mit mehreren oder nur einer Antwortmöglichkeit, geschlossene Fragen mit verschiedenen voreingestellten Antwortskalen. Verwenden Sie Zwischenüberschriften und ganz wichtig, vergessen Sie nicht, Ihre Vorlage zu speichern. Wenn Sie fertig sind, steht sie Ihnen als eigene Vorlage für zukünftige Befragungen zur Auswahl. Sobald erste Rückmeldungen zu einer Befragung vorliegen, erscheinen diese als Ergebnisse auf Ihrer Befragungskarte. Ergebnisse sind zunächst nur für Sie persönlich einsehbar, also privat. In der Auswertung sehen Sie eine Zusammenfassung der Rückmeldungen aller Personen, die an der Befragung teilgenommen haben. Befragungen, die mit einer Edkimo-Vorlage durchgeführt wurden, beginnen in der Regel mit einer Textzusammenfassung. Darunter sehen Sie dann die Auswertung der Einzelfragen. Geschlossene Fragen werden als Balken oder Kreisdiagramm dargestellt, offene Fragen als Freitext oder Wortwolke. Möchten Sie die Ergebnisse Ihrer Befragung mit den Teilnehmenden oder in Ihrem Team diskutieren? Setzen Sie dafür die Einstellung von Privat auf Freigegeben. Teilen Sie den Ergebniscode, den QR-Code oder den Ergebnislink mit der Gruppe. Der Ergebniscode ist identisch mit dem Feedback-Code und wird wie dieser auf der Edkimo-Website eingegeben. Sie können die Auswertung natürlich auch ausdrucken. Klicken Sie dafür einfach auf den Button Drucken oben rechts in der Ergebnisansicht. Premium-NutzerInnen haben darüber hinaus die Möglichkeit, Ihre Daten in verschiedenen Formaten abzuspeichern – PDF, Excel oder CSV. Sind Sie vorerst fertig mit der Nutzung von Edkimo? Dann loggen Sie sich einfach aus und melden Sie sich beim nächsten Mal über unsere Website wieder an. Ach, eine kleine Bitte noch – wenn Ihnen Edkimo gefällt, dann empfehlen Sie uns doch gern weiter – mit einem Klick auf das Herzsymbol in Ihrer Menüleiste. Alle Personen können unsere App 30 Tage testen – kostenfrei und ohne automatische Verlängerung natürlich. In Bundesländern, mit denen wir kooperieren, gibt es gar keine zeitliche Beschränkung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Feedback mit Edkimo. und wir sehen uns beim nächsten Mal über die Puhh. Puhh.